Herzlich Willkommen zurück bei Minecraft. Ich bin Gunnar, mit dabei ist Otto. Ja, moin moin, Leute. Es ist früh am Morgen. Ich bin noch nicht so fit, also. Ja, wir sind... Naja, ich bin heute ein bisschen wach, aber keine Ahnung, wann du aufgestanden bist. Ich bin heute, Berge, ich bin heute Morgen um halb fünf eingepennt und bin heute Morgen um elf wieder aufgestanden. Ne, ich bin um eins aufgestanden heute. Und siehste. Also lange bin ich auch noch nicht wach. Aber ich bin ein bisschen später eingeschlafen als du. Ja, ich bin um zwei glaub ich. Ja. Ich mach mir grad ne Eisrüstung. Wie schon gesagt, zurück bei Minecraft. Geht weiter. Ah ja, das ist das Übliche. Warum ist er eigentlich ein Dev-Trubel? Das kommt halt da rein. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hab ein Ei. Was ein Ei? Ich hab ein Ei, aber nur ein einziges. Boah. Ähm, vielleicht... Ich wollt mal ähm... Wir sollten mal pennen gehen, ist so dunkel. Ja. Dann wenn's nächsten Tag wollt ihr eigentlich mal losgeht und mal... nach dem Dörfchen oder so suchen. Dörfchen? Ja. Sitz mit dem Dörfchen. Ja. Ich schlafe schon. Ähm, mal gucken was da so da ist, was man so unten nach... Karotten und Kartoffeln suchen. Ach so ist das. So... Bin schon im Bett. So, dankeschön. Naja, du mich auch. Ach, du bist in der Küche? Ja, ich bin in der Küche. Oh, na dann. Ich geh mal ins Innere, das... Landes. Ich glaub ich war schonmal hier am irgendein Landgang bei. Bist schon über hier gewesen? Ja. Ich bin irgendwie nirgendwo. Ja. Ja, irgendwo sind wir ja. Ja, irgendwo im Nirgendwo. Ja. Ich bin, geh mal wunderschärft. Ey, ich hab mir gestern, äh, da Liga heute Morgen, ein Streamer angeguckt, der die ganze Zeit dolge ist. gezockt hat nach er wurde von den Prozent zuschauen gemacht wie so ein Prozent wie sie sind eben richtig gehettet es ist so einfach sein letztlich gucken ehrlich das auch aber es war einfach wirklich so krass wie die gehettet haben man die Karte lebt nicht scheiße also ich wo ich gar nicht so schlecht fand deswegen habe ich mir den auch bis heute morgen um vier irgendwann angeguckt bis er auf einmal offline gegangen ist ohne Bescheid zu sagen hat er vielleicht geweint habe ich auch das Gefühl gehabt dass er zu doll gemobbt wurde der Kämpfer hat mehr gehabt ich kämpfe gerade gegen Spinnen und Skelette Spinnen und Skelette yes lassen wir mal steilen ja nirgends und mehr stein drin hier wo da haben wir keinen Stein mehr nö musst du welchen holen die letzten Stein verbrauch ich gerade typisch geht schon nicht nirgends hier war ich eine schöne Insel auf der wir sind ja 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 doch schön aber wir sind nur ein kleines Ding komm wir alles zu bauen ja natürlich spaß aber wenn man zeit so groß wird das schon nicht so eine insel wir haben hier echt nix auf unserem nichts interessantes bei uns vor insel hühnchen ich töte hühnchen hühnchen schon wieder ja gerne hühnchen können wir uns ähm feile machen ja bogen haben wir ja genug bogen haben wir ja haben wir gut gesammelt bogen bogen so gut empfiehlt schicken erschicken muss sein schicken muss sein sonst ist mein kopf langweilig und schicken ist es kann mein kopf so sehe ich das auch so jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen steinfarmen gehen ich kann noch welche mitbringen bist du wieder da bist es ist montag ja leute heute ist sonntag in zwei tagen silvester ja hoffentlich leute sagt man jetzt schon mal was ich spielen wollte oder was wir spielen sollen ja oder was von wer von welchem spiel wir ein special machen sollen ich hab ein spiel wovon wir ein special machen welches denn aber das verrate ich dir nicht nee erstes silvester erstes ach menno du bist scheiße ich weiß ich weiß es soll ja schließlich ein äh silvester special sein ja aber für die nicht für mich ja wenn ich sie jetzt verrate dann ist ja auch ein video drauf sonst verrate es mir nachher das weiß ich nicht wenn ich mich da nicht vergessen habe halt genau du vergisst ja alles du vergisst immer alles ja mein vorteil ja du vergisst immer das ist immer das gute ja na den freu ich mich schon auf silvester silvester wird lustig ja silvester wird lustig aber auch lang glaube ich für uns warum weil silvester auch äh erstens wird es anstrengend ja was hast du denn vor alter was hast du denn vor nee äh du musst dran denken mit wem wir unterwegs sind ach ja mit dem so übel lustig ja aber es wird auch zugleich anstrengend am ende vielleicht wenn wir ihn tragen müssen nee gehen kann er noch irgendwie wenn nicht schleifen hinterher ja das ist mein Liegendes morgen früh ja ja ich bin jetzt schon irgendwie nach hause ja irgendwie findet er ja schon ja klar aber ich hoffe das klappt mit ihnen auch weil das letzte mal äh musste ich ihn aus dem letzten nochmal bescheid sagen dass er eigentlich rum kommen wollte ja hat er das vergessen oder was ja ja nein wir ihn dran ne bring auch mal ein bisschen kies mit kies mhm wofür braucht man eigentlich kies brauche ich gar nicht aber da kommt auch ein feuerstein raus ah mein gott wofür braucht man ein feuerstein für ein feuerzeug wow für feile ach ja gut und kies kann man immer benutzen für wege und so ja das muss man sehen ich weiß vieles über kies ja vieles und so vieles ist auch schon wieder nicht ja 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 guck mal wie du nachhause finde ich habe bei mir ein home ein waypoint rangepoint schon gesetzt also du spielst dann mit eh map scheiß die funks die funks nicht irgendwie so auf der kart der funks nicht irgendwie nicht ich finde ich scheiße dann wichscht irgendwo mir irgendwo so wie ich ne ich hab ja einen waypoint also ich weiß immer wo der ist bis grau unterwegs unterwegs solcher steiner in oben liegen stein habe ich und nicht die mitte zu müssen es reicht dann nicht einer reihe mache ich noch ganze kieschen und stein mit hin noch genug stein ein bisschen ja dieses bisschen ja 3 Stück und 8 Normalsteine 28 Normalsteine und 3 so das ist doch das ist doch richtig viel, kriegst du was mit anfangen, Alter kriegst du nichts mit anfangen lass deine Mini-Mauer ziehen, Alter so, zack ist der wieder da hi ach ne, nicht hi hi, geh, geh weg ok du bist nicht hi, ich bin hi du bist ein hi ich bin ein hi hi hi, wo wo ist ein hi ey, wo ist ein hi verärgst mich nicht hast du jetzt gerade mal Steigen klaut? ich hab gerade alles in die Öfen ich brauch den aber für um ein Haus zu bauen um ein Haus zu bauen ja, wenn du baust, baue ich auch ich baue ja was für uns baue ja auch was für uns wie schön aussieht hier ich baue euch eine goldene Statue aus Stein eine goldene Statue aus Stein ja, okay, mach das wenn die gold wird, dann bist du gut ja, ich mach das einfach an ich hab gar keine Spitzhacke wenn ich mal wissen, was ich bauen könnte überleg dir was ja, ich mach ja schon ich bin ja schon dabei hetsch mich nicht fuhre ich aber gebetet mich nicht immer hetzen hetzen müssen ja, ja ja, achso sag ich nicht immer hetzen das fühle ich nicht nett von dir das war jetzt schlau ich hab einfach mal einen einzelnen Stein an den Ding dran gekloppt ja, warum nicht du kannst es halt ich weiß, dass ich es kann aber das muss ich nicht mal wieder zeigen ja das aussieht doch sonst werden die Leute neidisch ja, tut mir leid, ich nicht du sollst schon wieder nachgucken ja was war das denn? ups war mein Handy war mein Handy meine Hand meine Handy ich bin schlafen sleeping at night oh gott, oh gott, uns gehen schon wieder die Gesprächsthemen aus ja, ich, ich, ich hörs ich gehörs was? ich gehörs ich gehörs, was soll ich denn bauen? was kann ich denn bauen? was kann ich denn? ja, ich baue irgendwas muss ja auch einen Sinn haben was ist denn Sinn? na, da hast du ja schon gebaut was soll ich denn sein? ja, da hast du ja gar nicht das ist ja langweilig, wenn irgendwas was einen Sinn hat nö muss nicht sein muss nicht sein das ist ja dunkel hier wo? das ist ja dunkel hier wo? ich hab' keine Ahnung, wo du bist ich hab' keine Ahnung, wo du bist ich bin, äh, oben im Haus drinnen also, aber das ist immer dunkel das ist eine dunkle Familie ja, kommt zur dunklen Seite der Markt ja ja, da haben wir ein Problem what the fucking awesome so hm zack, zack, zack zack, zack, zack jetzt ist es schon wieder ein bisschen heller hier drin und nur ein Büschke aber nur ein bischke ja, gut, nur so ein Büschke aber very, very bad zack, zack zack dann kommst du eigentlich nachher rum so nach dem LP mach ich mich fertig und dann alles klar kann ich mir auch wieder mein GTA mitbringen kann ich machen und auch Skyrim für dich ah, das ist ja schön hm? Skyrim ist schön, wie euch du weißt Skyrim ist schön aber geht ja von Falk auf die 500.000, äh, Dollar noch ich dachte, du willst es nicht mehr spielen hä? ich dachte, du willst es nicht mehr spielen du, du, du spielst es doch noch ja ich bin mir viel zusammen wenn wir eine HD-PVR haben, können wir das auch zusammensauen ok 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 ach, nee so ich verbaut ich mich auch unten liegen ganz viele Steinziegel, ne? ja das freut mich für dich was ich nur gesagt habe so soll ich hier einsammeln? wäre nett ist aber nur einer die liegen überall, einmal ringsrum um das Gebäude also gehe ich einmal ums ganze Gebäude rum was hast du denn gemacht? waren nur 5 waren nur 5? yes sir ah gut, dann kommen da gleich wieder ein paar dazu zack 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 irgendwann wieder was von mir hier Mensch, 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 Mensch sag da ein bisschen was noch setzen auch wunderbar das sieht doch schon mal gut aus hier kein stein mehr was soll denn der mist stein ist doch genug unten drin ja aber normal pflaster stein ne pflaster stein habe ich nicht muss die setzten abbauen bringt ich brauche welchen ab hier machte man schon große steinhöhle nein ich hab kein glas mehr plus sandfarm wir haben noch ganz viel sand wo in der oben ganz oben rechts da müsste noch ein paar 64 sticks sein da ist kein sand mehr na klar ich hab doch ganz viel sand geholt das erde ja aber nicht blind ich hab doch jetzt jede truhe geöffnet hier ist nichts zu allen sind schon wieder ausgenommen ich hab kein sand ausgenommen ok ich hatte ganz viel sand aber gesammelt oder irre ich mich oder täusche ich mich keine ahnung schon so lange her dann gehe ich einfach gleich mal ein bisschen sandfarm das war mir so sogar ein stein wenn meine axt kaputt ist hier oder meine spitzhecke das brauche ich gleich alles brauche ich mal hier oben rein jetzt ist schon kaputt toll sicher gelohnt für 40 pflaster stein schaufel habe ich noch ruhen habe ich auch das nochmal glas alles rein da hier vorne muss ich gleich noch eine treppe hinsetzen das gehe ich jetzt einfach ganz schnell sandfarm das gut gut kürzelt kürzelt es wird echt ab und zu und liegt man abspielen hätte können aber aber keine die lizenzfrei ist ich hab' ich auch nicht lizenzfrei ist, oder? ich glaube ich weiß es gar nicht ich hatte mal welche, die geht ich hatte ja welche, die man nehmen darf ja, ich hoffe, ich nehme mein Handy weg mach mir das einfach aus, äh, Vibration aus ich habe ein Chicken ich habe ein Chicken ich habe ein Chicken